Nachdenkseiten. Die kritische Website. Nachdenkseiten reichen Beschwerde beim Presserat gegen Zeit Online ein. Verstoß gegen Ziffer 6 des Pressekodex. Ein Artikel von Florian Warweg. Am 8. Dezember veröffentlichte Zeit Online einen Diffamierungsartikel anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Nachdenkseiten mit dem Titel Nachdenkseiten. Wagenknechts Schreibbrigade. Autor der Schmähschrift ist Markus Linden, Autor der vom Bundesfamilienministerium finanzierten Studie Die Nachdenkseiten als Träger von Ideologie, Scharnier für Verschwörungstheorien und Agendasetzer der radikalen Systemopposition. In Auftrag gegeben von der grünennahen Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne, kurz Lippmott. Auch für das ebenso explizit gegen Alternativmedien ausgerichtete Lippmott-Nachfolgeprojekt Narrativcheck, welches mit jährlich 200.000 Euro vollumfänglich vom Bundesfamilienministerium finanziert wird, ist der Politikwissenschaftler aus Trier tätig. Doch von dieser Rolle des Autors erfährt die Zeitleserschaft nichts. Ein mutmaßlicher Verstoß gegen Ziffer 6 des Pressekodex. Zitat Vorgestellt wird der Autor von der Zeitredaktion anschließend wie folgt. Markus Linden ist außerplanmäßiger Professor für Politikwissenschaft an der Universität Trier. Er forscht zu den Themen Theorie und Empirie der Demokratie, neue Rechte und Rechtspopulismus sowie digitale Alternativmedien und Verschwörungstheorien. Zitat Ende Das war's. Mit keiner Silbe wird die Zeitleserschaft darauf hingewiesen, dass der außerplanmäßige Professor auch für zwei von der Bundesregierung finanzierte Projekte der grünnahen Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne, kurz Lippmott, tätig war und ist, die sich beide explizit gegen sogenannte Alternativmedien richten. Das erste Projekt mit dem Titel Gegneranalyse, finanziert vom Bundesfamilienministerium und der dem Innenministerium unterstehenden Bundeszentrale für politische Bildung, kurz BPB, nahm gesellschaftliche Entwicklungen hinterfragende Medien wie die Nachdenkseiten ins Visier und bezeichnete diese als System-Oppositionelle Gegenmedien, welche selbst erklärte Gegner der liberalen Demokratie seien, die es daher in Form von monatlichen Monitorings zu überwachen und in Form von sogenannten Fallstudien zu analysieren und vor allem zu diffamieren galt. Autor der Auftragsstudie über die Nachdenkseiten war kein geringerer als Dr. Linden. Ein Großteil des aktuellen Zeitartikels beruht auf den sogenannten Ergebnissen jener staatlich finanzierten Diffamierungsstudie von 2022. Das heißt, Linden zweitverwertete die Ergebnisse jener Studie, die er im Auftrag einer Parteinamen-Denkfabrik für viel Geld verfasst hat, für seinen Artikel bei der Zeit, ohne dass dies in irgendeiner Form von ihm oder der Redaktion offengelegt wird. Ähnlich verhält es sich bei dessen aktueller Tätigkeit für das neue, ebenfalls von der Bundesregierung finanzierte Lippmott-Nachfolgeprojekt Narrativcheck, über das die Nachdenkseiten ausführlich berichtet haben. Der Artikel ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Erklärtes Projektziel ist es, demokratiegefährdende, systemoppositionelle Botschaften, Diskurse, Argumentationsweisen in alternativen Medien zu überwachen und anzuprangern. Geändert hat sich im neuen Projekt eigentlich nur die Zielgruppe, Multiplikaturen in der Kinder- und vor allem Jugendbildung. Die skizzierte Doppelfunktion des Trierer Politikwissenschaftlers, Autor für die Zeit und zugleich bezahlter Auftragnehmer einer Parteinahm-Denkfabrik, die ausgestattet mit Hunderttausenden Euro Staatsknete versucht, einen Feldzug gegen sogenannte alternative Medien zu führen oder in den Worten des Weltjournalisten Frank Lüberding, Verfassungsschutz spielt, steht im direkten Widerspruch zu Ziffer 6 des Bundesdeutschen Pressekodex. Dort heißt es Trennung von Tätigkeiten. Journalisten und Verleger üben keine Tätigkeiten aus, die die Glaubwürdigkeit der Presse infrage stellen könnten. Richtlinie 6.1 Doppelfunktionen Auf diese strikte Trennung hat die Zeitredaktion nachweislich komplett verzichtet. Im Gegenteil, mehr Vermengung von Funktionen ist eigentlich fast nicht denkbar. Darauf weist auch Norbert Hering in seinem aktuellen Artikel zur Thematik hin. Zitat Linden darf darin ohne entsprechenden Hinweis noch einmal die Argumente der sogenannten Studie ausbreiten, die er im Rahmen des vom Grün geleiteten Familienministerium finanzierten Projektes Gegneranalyse des grünen nahen, stramm transatlantischen Zentrum Liberale Moderne erstellt hat. Zitat Ende. Später erfolgte ein in diesem Fall notwendiger genereller Transparenzhinweis der Zeitredaktion bezüglich der Tätigkeiten ihres Autors für eine parteinahe Denkfabrik. Noch auf die Tatsache, dass dieser zuvor gegen Entgelt just zu dem Thema eine Auftragsstudie verfasst hatte, zu dem er auch in der Zeit schrieb. Die Nachdenkseiten und deren angebliche verschwörungsideologische Scharnierfunktion. Auch mit dem internen Faktencheck der Zeitredaktion vor Veröffentlichung scheint es zumindest im Falle des vorliegenden Artikels des Politikwissenschaftlers aus Trier nicht weit her zu sein. So findet man im Artikel des außerplanmäßigen Professors für Politikwissenschaft neben zahlreichen handwerklichen Unsauberkeiten und nicht belegten Behauptungen auch nachweislich falsche Aussagen. Exemplarisch sei auf folgende Darlegung von Linden verwiesen. Die trotz Betätigungsverbot weiterhin zugänglichen Beiträge von RT Deutsch werden von den Nachdenkseiten verlinkt. Zitat Ende. Für einen Professor der Politikwissenschaft ist diese Darstellung eine veritable Blamage. Denn in der entsprechenden EU-Verordnung vom 1. März 2022 wird zwar die Sendetätigkeit von RT verboten, explizit aber gerade nicht die journalistische Betätigung von RT-Journalisten. Im Wortlaut heißt es ausdrücklich, Zitat, im Einklang mit den Grundrechten und Grundfreiheiten, die in der Charta der Grundrechte anerkannt sind, insbesondere dem Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, dem Recht auf unternehmerische Freiheit und dem Recht auf Eigentum nach den Artikeln 11, 16 und 17 der Charta, hindern diese Maßnahmen diese Medien und ihr Personal nicht daran, andere Tätigkeiten als Sendetätigkeiten in der Union auszuführen, wie Recherche und Interviews. Insbesondere ändern diese Maßnahmen nicht die Pflicht zur Achtung der Rechte, Freiheiten und Grundsätze, die in Artikel 6 des Vertrages über die Europäische Union einschließlich der Charta der Grundrechte sowie in den Verfassungen der Mitgliedstaaten genannt werden, in deren jeweiligen Anwendungsbereichen, Zitat Ende. Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang auch die im Artikel vorgenommenen Verkürzungen und argumentativen Widersprüche. Dies lässt sich beispielhaft am Umgang mit der Zuordnung postfaktisch darlegen. Im Fließtext wird darauf zweimal rekurriert. Das erste Mal heißt es, auf den Nachdenkseiten würde Postfaktizität zumeist nur indirekt vermittelt werden, indem angeblich auf solche Inhalte verlinkt werde. Bei der zweiten Nennung im Abschlusssatz des Artikels wird aus nur indirekt, dann plötzlich mitunter sogar direkt postfaktisch, Zitat. Die Nachdenkseiten sind keine kritische Website, sondern ein fundamental oppositionelles, mitunter sogar direkt postfaktisches Propagandamedium, welches unter dem Deckmantel der Friedensorientierung die Narrative des Putin-Regimes verbreitet. Zitat Ende. Doch im schon angesprochenen Teaser zu Beginn des Artikels, der von der Zeitredaktion und nicht von Linden selbst verantwortet wird, fallen die vom Trierer Politikwissenschaftler vorgenommenen Relativierungen komplett weg. Während Linden bereits ohne jeden argumentativen Übergang aus nur indirekt ein mitunter sogar direkt zaubert, geht die Zeitredaktion sogar einen Schritt weiter und schreibt in die Einleitung, ohne dass dies der Artikel selbst in dieser absoluten Form hergeben würde, Folgendes. Das Portal Nachdenkseiten ist mittlerweile zum postfaktischen Propagandamedium geworden. Der Zeitredaktion gelingt folglich das Kunststück, einen sowieso als Diffamierungswerk angedachten Artikel mit all den aufgezeigten falschen Darstellungen, Überzeichnungen und logischen Kurzschlüssen im einleitenden Teaser noch um die letzten Nuancen in der Darstellung zu berauben. Mit der Art von Journalismus, wie ihn sich die einstige Chefredakteurin der Zeit Marion Gräfin Dönhoff einst vorstellte, hat das wahrlich nicht mehr viel zu tun. Abschließend dokumentieren wir die beim Presserat eingereichte Beschwerde. Presseratbeschwerden müssen von Einzelpersonen eingereicht werden, daher erfolgte dies mit der Namensnennung des Autors dieser Zeilen. Sehr geehrte Damen und Herren des Presserates, hiermit reiche ich, Florian Warweg, Beschwerde ein wegen Verdacht des Verstoßes gegen Ziffer 6 des Pressekodex. Begründung. Ich sehe in dem angefügten Artikel einen Verstoß gegen Ziffer 6 des Pressekodex. Nach Richtlinie 6.1, Doppelfunktionen, müssen bei einem Journalisten oder Verleger, der neben seiner publizistischen Tätigkeit eine Funktion, beispielsweise in einer Regierung, einer Behörde oder in einem Wirtschaftsunternehmen ausübt, alle Beteiligten auf strikte Trennung dieser Funktionen achten. Gleiches gilt im umgekehrten Fall. Bei dem vorliegend eingereichten Beitrag wird der Autor Markus Linden den Lesern von der Zeitredaktion lediglich vorgestellt als außerplanmäßiger Professor für Politikwissenschaft an der Universität Trier. Dass Herr Linden seit 2022 für zwei vom Bundesfamilienministerium finanzierte Projekte der grünen nahen Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne, die explizit gegen sogenannte Alternativmedien gerichtet sind, sprich Gegneranalyse und Narrativcheck, als Autor tätig war und ist, wird dem Leser verschwiegen. Ebenso wird die Leserschaft darüber im Unklaren gelassen, dass Herr Linden für das Projekt Gegneranalyse dieser parteinahen Denkfabrik 2022 eine Auftragsstudie zu den Nachdenkseiten mit dem Titel, die Nachdenkseiten als Träger von Ideologie, Scharnier für Verschwörungstheorien und Agendasetzer der radikalen Systemopposition verfasst hat, die ausschließlich mit Geldern vom Bundesfamilienministerium und der dem Innenministerium unterstehenden Bundeszentrale für politische Bildung finanziert wurde. Der Beitrag bei der Zeit Online vom 8. Dezember 2023 beruht zudem zu großen Teilen auf einer Wiedergabe des Inhaltes dieser von der Bundesregierung finanzierten Auftragsstudie. Auch dies wird von der Redaktion nicht deutlich gemacht. Ebenso wenig wird darauf verwiesen, dass Herr Linden 2023 für das vom Bundesfamilienministerium finanzierte Nachfolgeprojekt Narrativcheck einen Beitrag mit dem Titel »Von der Endzeit zum Endkampf – Apokalyptik in Verschwörungserzählungen und sogenannten Alternativmedien« verfasst hat. Das Projekt behauptet in der Selbstdarstellung auf der Seite des Bundesfamilienministeriums, grundsätzlich und ohne jede Differenzierung Alternativmedien würden Desinformationen und Verschwörungserzählungen verbreiten. Wie bereits das Vorgängerprojekt wird auch Narrativcheck vom Bundesfamilienministerium im Rahmen des Programmes »Demokratie leben« mit einem sechsstelligen Betrag, genauer 200.054 Euro, vollumfänglich finanziert. Erklärtes Ziel ist es, demokratiegefährdende, systemoppositionelle Botschaften, Diskurse, Argumentationsweisen in alternativen Medien zu überwachen und anzubrangern. Mit freundlichen Grüßen, Florian Barweg. Im Schrifttext finden Sie an dieser Stelle eine Verlinkung zu YouTube. Florian Barweg fragt bei der Bundespressekonferenz vom 13. September 2023, wieso finanziert Bundesfamilienministerium eine Plakatkampagne gegen die Nachdenkseiten. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.